Jo Leute, und damit recht herzlich willkommen zu Borderlands 2. Wir spielen... Oh Gott, oh Gott, es laggt. Ja, jetzt hat's aufgehört. Ähm, ich hab grad eben schon angefangen zu spielen. Herr, für reisen. Können wir reisen? Ah. Kannst du zusammenschnalten. Nee, er hat die ganze andere Aufnahme. Jetzt ist die 0-Byte groß. Also, da hab ich grad eben angefangen zu aufzunehmen und... Das war so episch. Wir haben so irgend so einen Boss besiegt, den man erst eigentlich auf Level 6 besiegen kann. Und wir sind Level 3 oder 4. Ich glaube, wir sind da mittlerweile Level 4. Und jetzt sind wir eh im Ladebildschirm. Ich muss mal nachschauen, ob die Aufnahme jetzt wirklich 0-Byte groß ist. Das würde mich irgendwie... Wollen wir sie denn? Hm, ja. 0-Byte. Okay. Okay. Ich kann das gar nicht ausrüsten, da. Nee, das machen wir nicht. Kapazität ist weniger, Ladegeschwindigkeit ist höher. Nee, machen wir nicht. Aber da drüben kämpft ich schon. Oh, da ist wieder ein Boss. Lol, jetzt kommt er her. Jetzt kommt er her. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Good job. Ich weiß gar nicht, ob ich da mein Magazin immer wegwerfe oder ob... Lol. Oder ob das irgendeine Granate ist. Ich glaube, das ist mein Magazin. Ich schmeiße einfach mal mein Magazin raus. Das ist mein Inventar. Oder gleich die ganze Waffe. Auf jeden Fall habe ich jetzt keine Munition mehr. Egal. Kämpfe mit der weiter. Ach, wenn einer... Lol. Ich schmeiße die ganze Waffe weg. Jetzt habe ich das mal gesehen. Man schmeißt einfach die ganze Waffe weg. Kein Problem. Ich habe so viele. Auf jeden Fall ist mit dabei bei Skype. Ähm, der Melvin und der Johannes. Die spielen aber leider nicht mit. Nicht wirklich. Alter, ist das hier ein Gemetzel. Die anderen haben irgendwie so super Spezialfähigkeiten. Und können... Lol. Was ist denn? Was ist das für ein Roboter? Alter. Ich laufe bei dem. Oh, jetzt können wir mit 1 irgendwas machen. Ich klicke, aber es geht nicht. Lass mich doch 1 klicken. Hä? Fahrzeug sporen, ey. Ich klicke, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gespart, damit Banditen sie nicht benutzen können. Aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface adaptieren... Ist doch blöd, weißt du? Spielt so ein Nasus auf der... Auf der Bot. Hahaha. Und der kann nicht farmen. Good job. Nasus ohne Farmen ist... Nichts. Leute, ich hab 2 Primärwaffen. Oder gibt's hier überhaupt keine Primär- und Sekundärwaffe? Auf jeden Fall hab ich 2 mal eine richtig krasse Waffe ausgerüstet gerade. Nein! Ist ja richtig geile... Alter. Oh, ich sterb gerade, glaub ich. Oh Gott, ich kann mit der überhaupt nicht umgehen. Äh, für Nachtraten machen wir doch gleich. Wo kann man denn hier den Atem anhalten, Alter? Lol, das ist eine vollautomatische... Alter, wie geil. Ah! Hä? Wie kann ich jetzt mein Ding wieder wechseln? Ich will den Aufbau wieder drauf bauen. Ah, nee. Da wechsle ich zu meiner ersten Waffe. Ah, jetzt hab ich's kapiert. Oh, sie hat was geschafft. Ich bin stolz auf dich. Läuft bei uns. Wir kriegen jetzt ein Gratis-Fahrzeug. Ich will alle Waffen. Gib mir sie alle. Oh, wo ist der jetzt hin? Phasenverschiebung wird ausgeführt. Phasenverschiebung. Nein. Nicht schon wieder. Hatten wir vorher schon mal. Alter. Ja, Hack. Fang an zu hacken, Frau ohne Mundbewegung. Und ich stelle keine Frage. Oh, das ist der User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento-Taco. Lass mich wissen, wenn ihr in den Wissen... Fordere noch ein Fahrzeug an. Logisch, mach ich. Spawn-Station wird gerade benutzt. Ja, lass mich doch. Fahrzeug spawnen. Ach so. Stutus Catch-a-Ride sagt, danke du Penner. Danke du Penner. Du solltest dir jetzt an jeder Catch-a-Ride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Loll. Hahaha. Ich fahr bei mir mit. Alter, der kann nicht fahren. Loll. Wie krass. Alter, ganz ruhig. Loll. Der kann hier überhaupt nicht fahren. Oh Gott. Ah, da ist einer. Ich glaube, ich bin für das Geschütze zuständig hier. Ja, fahr sie zusammen. Du bist so ein Troll. Was läuft bei dem? Alter, mein Fahrer ist so ein... Krasser. Er fährt einfach alles zusammen. Er fährt alles zusammen. Loll. Er fährt einfach vorbei an den ganzen Gegnern. Kein Problem. Alter, das müsste man mal bei Battlefield oder so bringen. Der fährt so einen Müll zusammen. Ich weiß ja nicht mal, was ich abschieße, so schnell fährt der. Alter. Ich kehre mich hinten aus. Ich schieße einfach mal irgendwo hin. Ach, den da. Jetzt habe ich ihn gefunden. Wie geil. Der ist so ein Assi. Alter. Das ist so ein Assi, hey. Er fährt einfach mal alles zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das zu laut ist. Ich glaube, das ist viel zu laut. Ich glaube, das ist viel zu laut. Alter, jetzt steigt er schon aus. Lass mich wieder rein. Lass mich wieder rein. Nimm mich mit. Wer fährt bei mir? Ach, der Pika fährt. Loll, jetzt haben wir den Eco-Typen einfach da lassen. Ja, fahr doch. Alter. Loll. Loll. Fahr doch. Ja, wo muss man denn hin? Da. Alter, die sind alles so krasse Leute, mit denen ich hier spiele. Die fahren einfach alles zusammen. Den darf man kein Auto geben. Den darf man kein Auto geben. Das ist ja richtig übel. Die fahren einfach alles zusammen, was sie finden. Wie sie alles zusammenfangen. Okay, wo ist das nächste Ziel da? Fahr doch weiter. Oder bin ich jetzt alleine in dem Auto? Loll. Der macht uns kaputt. Alter. Loll, er ist ausgestiegen. Ach, jetzt. Joa, steig einfach aus meinem Auto aus. Darf ich jetzt fahren? Lass mich fahren. Ich will fahren. Und die Brücke gesprengt. Und die Brücke gesprengt. Aber ich will getroffen. Ich esse nicht. Auf Fahrersitz setzen. Nein. Jetzt fahr ich. Oh mein Gott. Ich will nicht fahren. Die anderen sind alle weg. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Leute, wo seid ihr? Hä? Wo sind die denn hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Loll, jetzt backe ich in der Wand fest. Ah, nee, doch nicht. Sind alle weg. Ja, jetzt sind sie halt echt alle weg. Loll, wo fahren denn die? Läuft bei euch. Ich komm nicht hinterher. War ich in die richtige Richtung? Nee, ich glaub, da kommen wir her. Gut, umdrehen. Au. Alter, ich kann genauso wenig fahren, wie der davor. Wie, T, F, lol. Ich kann nicht mal lenken mit dem Auto. Das Auto lässt mich nicht lenken. Ach, jetzt. Hä? Wie lenkt man denn? Alter, wie creepy lenkt man denn mit dem Auto bitte? Da, wo du hinschaust, da fährst du auch hin? Was ist denn das für eine Lenkung? Das kannst du ja vergessen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich fahre einfach mal da durch. Alter, da muss man sich ja voll dran gewöhnen. Ich bin mal kurz dran. Ja. Bis dahin. Alter, die Lenkung ist ja richtig creepy. Leute, da steht einfach mal ein Auto. Hat der keinen Bock mehr zu fahren, oder was? Nein. Ich bin runtergefallen. Alter, ich frage mich, wo die alle hin sind. Ach, die sind da oben. Wo seid ihr da? Jetzt bin ich da auch noch runtergefahren. fragt mich nicht, wo die sind, denn ich weiß es nicht. Wie kann ich mich zählen? Alter, ich, ich fähl grad so hart. Alter, ich kann mit dem Ding nicht fahren. Hallo. Was ist los, bei denen? Soll ich jetzt so umdrehen, oder wie? Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsucht das Gebiet, das mit dem großen Garten ganz auf deiner Mini-Karte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Alter, was ist denn das für eine Lenkung? Ich will doch nur zu den anderen Leuten. Ich weiß ja nicht mal, wie ich da hinkomme. Wieder da. Ich kann mit dem Auto nicht umgehen. Nein. Die Lenkung ist so ein gewöhnungsbedürftiges Ding. Ich bin mittlerweile Level 6. Alter, ich kann mit dem Auto nicht umgehen. Steig doch aus. Wie komme ich zu meinen Teammates? Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Kann ich mich irgendwie zu meinen Teammates porten? Ich will mich porten. Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich zu meinen Teammates komme. Das ist der Energiekern. Sehr gut. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns dort. Wir kommen bei den Crimson Raid. Wo ist denn die Stadt? Ich werde angekassen. Ich werde... Das ist sehr schön. Alter. Läuft zu hart bei dem. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Die halbe Folge jetzt auf der Suche, wo ich hin muss. Er hat Ding... Oh Gott. Da drüben sind sie alle. Also ich habe sie gefunden, aber... Ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Gar nicht. Ja, gar nicht. Ich glaube halt echt. Alter. Ich kenne mich auf der Map überhaupt nicht aus. Ach, da sind wir das letzte... Da haben wir unser Auto geholt. Lol, jetzt kann ich mir so ein Auto holen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir so eins. Oh, ich habe einfach mal... Lol. Hä? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich weiß vor allem nicht, wo ich hin muss. Da sind sie alle irgendwo. Ach, da ist sogar... Ich glaube, da ist auf der Minimap es markiert, wo ich hin muss. Wenn das stimmt, die Richtung. Ich schaue mal schnell auf den Tab. Ne, die sind alle woanders. Also ich muss auf jeden Fall umdrehen. Auf jeden Fall muss ich umdrehen. Alter. Alter, lol. Wie ich ja nicht mal drüber fange. Lol. Lass mich raus. Ich fahre einfach mal da entlang. Oder muss ich da überhaupt entlang? Wie kommen wir da rüber? Wir kriegen Geld, obwohl wir nichts machen. Alter, jetzt packen wir schon wieder in der Wand fest. Lol. Jetzt hat das Auto nur noch 800 Leben. Muss ich da hinter? Da können wir hin. Au. Steigen wir aus. Kein Problem. Ich spiele Battle. Die ist ne Runde. Lol. Ich glaube, ich habe ein... Ja, Teammate! Wuhu. Minute 16. Ich habe mein Teammate gefunden. Jetzt fährt er aber wieder weg. Ja, Minute 16 und ich weiß, wo mein Teammate ist. Alter, ich habe so eine krasse Sniper. Äh, äh, ja. Ne. Sniper. Klar. Ist klar. Lol. Wir haben unser Auto total zerstört. Lol. Wie sie Penner gesagt hat. Ich hätte es euch auch gehört. Sowas hörst du natürlich. Okay, und jetzt? Jetzt hat einer geläftet. Der hatte keinen Bock mehr. Ja, du warst ihm zu schlecht. Ich finde meine Teammates doch nicht. Aber jetzt weiß ich, wo sie sind. Kein Problem. Ich bin Level 6. Mittlerweile weiß ich auch, wo man das Level nachschaut. Er steht unten in der Mitte. Ziemlich fett dort. Oh. Respekt. Nein. Respekt, danke. Aber wechsel doch deine Waffe. Ah, jetzt die Waffe wollte ich. Lol. Ich glaube, der, der stirbt da gleich. Komm doch. Eis. Der ist tot. Nein, der schläft nur. Der ist nicht tot, der schläft nicht. Alles gut. Es gab wirklich irgendwann mal vor kurzem so einen Typen in Amerika. Der hat gedacht, wenn er Leute umbringt, dass die nur lange schlafen. Nein. Ja, und der wurde dann in die Psychiatrie gesteckt. Ach, das ist ja gar nicht meiner. Oh Gott, oh Gott. Da ist der... Oh Gott, oh Gott. Ja, geil. Was ist denn der oberen Konzentration? Jetzt nimmt er ihn mir. Haben wir da irgendwo einen, den wir töten können? Danke. Er wiederbelebt mich. Wie nett ist das denn? Geil. Alter. Ich will hier raus. Alter, ich hab zwei Herzen. Ich hab zwei Herzen. Alter, wie die Waffe verzieht. Das ist ja aber, der Ding. Toll. Toll. So, wie man schon wieder sieht. Ich hab zwei Herzen. Lol, die Waffe. Alter, mein geiles. Episch. Ich bin nur da im Team was abkackt. Wohisch. Ich will mich heilen. Oh, die Map kenne ich schon. Okay. Ich glaub, dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Wir haben zwei Herzen und werden demnächst gleich wieder sterben, weil da drüben ein fettes Viech ist. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ich glaub, ich bleib noch hier ein bisschen auf dem Server. Und ciao, Leute.